hallo und herzlich willkommen hier zweite folge hier auf dem arsch ich wünsche allen ein schönes wochenende schönen samstag heute natürlich auch morgen auf den sonntag falls ihr das vergessen kann passieren ist leider so aber keine abzwege ja wir machen jetzt mal schnell mal die zielangeballen richtung dgh ich mach grad paar neue und deswegen müssen die jetzt mal verarbeitet werden und dass wir heute nacht ein bisschen geld verdienen nicht viel aber ein bisschen da liegen noch mehr ich möchte ich mitnehmen vollen schwung die anderen können wir stehen lassen falls sie mal verbrauchen wir misch wurden ansonsten können wir ganz gut verwerten ja da steht blogging zweimal wahrscheinlich unsere mähfahrzeuge schlecht um kümmern das ist das vorgewählte so klein das heißt es wird dauernd gegen den zaun oder laut oder baum unser mähfahrzeug fährt auch neuerdings aber anscheinend macht er nicht voll oder der ist einfach gleich weg noch nix da ja ich hab die situs hier mal verkauft vor langer langer zeit so so bb ein bisschen nach vorne und z jetzt kann er eine weile arbeiten und sich die ballen nach und nach alleine rein ziehen und wir kümmern uns mal darum ganz kurz um die anderen beiden fahrzeuge die fahren übrigens dann muss ich irgendwo sein so stehst du links das grün ja muss keiner bestehen das kann aber ja es könnte im back sein das könnte aber auch die zwei hier das hatte ich öfter mal gehabt das sind weil die arbeiten wollten das kann auch ein kurs blicken also das würde man nicht so sehr auf die goldwaage legen wieso die anderen bei zucker rüben rüben riech zumindest eine erste wieso wirst du nicht abkippen was ist oder nicht weiterfahren müsste es eigentlich zu station von vielleicht ist das vielleicht kann durchaus seine hatte eine zacken fahren ist genehmigt denn hier muss ja ein bisschen daher noch luft oben sogar rühmen mäßig wasser auch hat er überhaupt abgetankt wo fährt er eigentlich tanken gute frage das ist der mit wasser hätten wir auch pressen können die wiese muss ja gedüngt werden was ist das für ein fahrzeug oh ein flug da ist noch ein rest zu flügen wahnsinn naja gut hier war drin hafer drin gewesen ja hafer ja dann könnte man hier theoretisch auch raps reinbringen aber im raum wir jetzt nicht vorruppen wir werden ruhig auch hinterher noch ein bisschen was tun dünn und so oh die Krähen sind reichlich vorhanden dem mann dem mann da hat man auch ballen gepresst nun halt nicht ne also hierbei stehen geblieben die hatte ich ja mit dem helfer weitergemacht weil hat er den kurs ja nicht gespeichert gehabt und da haben wir mit dem helfer weitergearbeitet das geht wie man sieht zum schluss hat er aufgehört ja gut ich kriege ja nicht alles mit hier ja heute noch bearbeiten ganz fix und dann morgen geht fleißig hochladen oh je 21 Videos und vom Mittag das 1 zu 2 ungefähr oder heute Abend noch mal sehen zumindestens die 7 von der Cadillac Cops die 7 von der Cadillac Cops die 7 von der Cadillac Cops ich habe den einen Livestream mitgekriegt das soll so weiter ein großes Update geben aber ich weiß auch nicht was genau ne ist sicherlich verbesserungswürdig ne also die Steuerung zum Beispiel mit mit dem Hebel hier rechts von mir das Ding wenn man hier die Ballen beladen könnte ja das passt schon so du wir haben mich wir haben hier Samstag ich habe morgen die Folge ist Samstag ne also kein Feierabend ne da sind noch zwei Dinger zu liegen zwei Strohreste von Ballen ich glaube ich muss hier einiges nacharbeiten das kann doch auch sein das kann doch auch sein das hier ein bisschen backig sind das die wir mit dem Nacharbeiten müssen kann muss aber nicht sein ne hier haben sie die sammelt auch besser auf das weiß ich nicht genau wo man dauernd streikt die Bruder da wird gearbeitet das ist gut da hatte ich Probleme da da hat er Probleme gehabt so der ist dann fast durch Lkw jetzt fahren wir zur zweiten BGH und hol uns da mal ein paar Ballen und ich werfe mir auch eine BGH rein ne so wie hier die können ja eine ganze Weile stehen und nächstes Mal der nächste Schwung was hinten steht ne dann haben wir ja mal die großen Felder fertig soweit und werden dann morgen Ingame die kleinen Felder beginnen ein bisschen warten bis das soweit ist dass die dann entsprechend äh erst mal ich dachte mir alles zu Heu wird ne so können die gut Heu auch gebrauchen normalerweise ja obwohl ich habe eigentlich genug Heu mit Pellers brauchen wir kein Heu ne normalerweise hat man probiert wo tanken der überhaupt was tun wir denn bei den kommen tanken guck mal gleich nach wo er sie rumtreibt immer so viel Silageballen können wir noch gut verwerten mit der Heuballen bei aber die hauen wir alles rein das können wir einballen werden wir jetzt nicht hier anfangen zu spielen na das ist der Schonmodus für den Monitor so 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 sind wir da und zum Gluten und Z drücken und nicht nochmal U so 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 gut er kann da stehen bleiben beziehungsweise kann stehen bleiben dann müssen wir noch äh Silageballen aufsammeln jetzt war auf Feld nr 19 jetzt können beide BGHs mal schweißig arbeiten dann können wir auch Rübenknutzel verarbeiten ne paar Rüben habe ich hier noch hier äh in petto auf dem Feld so jetzt ist es mir mal gucken wo er tagen ne tja muss ich aufsteigen reißt gut aus ne aber wie gesagt wahrscheinlich muss ich hier mal äh garantiert äh mal nach schwatten mal sehen die Brücke ist fertig ok und lädt er hier auch ab könnte sein das war der Milchwagen ha tje ich meine gut er ist ja fast dann vorbeigefahren dann wahrscheinlich ist auch kein Kurs he du das ist kein Kurs da wird die Milchsauer hier du Die steht hier bei 40 Grad oder so, oder? Ja, 39. Oh, die ist schlecht. Die hat schon einen mächtigen Stich, glaube ich, die Milch. Aber gut. Kein Problem. Ich kriege langsam Hunger. So, jetzt darfst du weiterfahren. So. Und wir sammeln jetzt die Grasballen auf, die zusätzliche Lagerballen werden sollen. Also hier ist auch Tank ziemlich leer. Ziemlich, aber wir kommen damit aus. Das reicht noch eine Weile. So, Feldnummer 19 können wir gleich links rausscheren. Zucker ist mir voll. Jetzt ist mir zu blöd. Anführungszeichen. Aber der Pferd, wenn der Pferd ist gut, dann ist es eigentlich ein gutes Zeichen. So. Du willst doch mit, ne? Genau. Ich hätte mal auf 8000 einstellen sollen, aber es ist zu spät. Macht aber nichts. 4000 geht auch. Mal zusammen fahren, ne? Na, Mikrofon nicht dran, ne? Oder nicht? Passt. Ich möchte nicht so leise klingen. Das ist immer ganz blöd, wenn mal ein Mikrofon zweit weg ist. So. meine Gruppe ist fertig das laden wir jetzt mal so die Folge ist ist ja auch fast geschafft Anführungszeichen kaum gut verraten mal zu sein heute ist Tag Nummer 3 die Wiesen sind die eine ist gemäht auch Ballen gepresst die zweite beim Mähen voll dabei jetzt wo die Aufsicht da ist arbeitet ja auch warum weshalb das ob Cosplay das sein könnte ich weiß es nicht alles Probleme schon mal gehabt öfters dass einer nicht arbeiten will so liebe Schauer das soll es auch schon heute gewesen sein ich sage mal vielen Dank fürs reinschauen ich wünsche euch noch allen schönen Rest Samstag und einen guten Start morgen Sonntag allgemein immer einen guten Start ja dann tschüss und tschau bis dennne bis morgen tschüss tschüss